Ist es eigentlich möglich, für 300 Euro ein richtig cooles Outfit zusammenzustellen? Zuerst habe ich mir natürlich dieses T-Shirt hier genommen. Das ist ein richtig guter Fitsch und der Print ist einfach so, so cool. Und kombinieren würde ich das T-Shirt auf jeden Fall mit dem New Balance 550 White Pink Cream. Einfach ein perfekter Schuh für den Sommer. Und das Endergebnis kann sich echt sehen lassen und vor allem für unter 300 Euro.